Vier Monate habe ich jetzt die Apple Watch Ultra 2 als Sportler getestet und hier kommen meine Ergebnisse. Hi, ich bin der Josh von Mission Triathlon und ich freue mich, dass du hier bist. Wie der Name Mission Triathlon schon sagt, dreht sich bei uns alles um Triathlon und da wir auch als aktive Sportler unterwegs sind, hatte ich natürlich in den letzten Monaten genug Zeit, um die Ultra 2 ausgiebig zu testen. Dabei sind zu den verschiedenen Sportprofilen und zu den Health Features schon einzelne Videos erschienen, die ich in der Videobeschreibung verlinke. Und da in diesen Videos schon eine ganze Menge an Infos stecken, werde ich mich in diesem Video hier auf die wichtigsten Fakten konzentrieren. Nun gibt es aber ein paar neue Funktionen, die mit der Ultra 2 auf den Markt gekommen sind, auf die ich hier einmal ganz kurz eingehen. Erstens, der Display kann jetzt heller sein als beim Vorgängermodell. Die 3000 Nits, die mir da von der Uhr zur Verfügung gestellt werden, habe ich aber tatsächlich nie genutzt. Ich habe den Display immer auf die dunkelste Helligkeit eingestellt, um den Akku zu sparen und hatte aber nie Probleme, irgendetwas auf der Uhr zu sehen, weil die Uhr zu dunkel war. Zweitens, die Ultra 2 kam mit dem neuen S9 Prozessor, der für mich aber keinen Unterschied gemacht hat. Für mich war die Uhr nicht schneller als meine alte Fenix 7. Drittens, das Double Tap Feature habe ich im Rahmen dieser Testzeit natürlich auch mal ausprobiert, aber ich habe das eigentlich für sehr unpraktisch empfunden. Zugegeben, wenn man die Hände voll hat, dann ist ganz praktisch, wenn man so einen Anruf entgegennehmen kann, aber sonst damit durchs Menü zu scrollen, in Anführungsstrichen, war mir immer zu aufwendig. Viertens, Siri am Handgelenk zu haben, fand ich hingegen ganz praktisch, denn es ist in manchen Situationen wirklich von Vorteil, weil man einfach schnell über die Uhr eine Nachricht diktieren kann, die die Uhr dann eben auch verschickt, ohne dass man das Handy aus der Hosentasche ziehen muss. Fünftens, die topografischen Karten, die es ja mit der Ultra 2 geben sollte, gab es nach meinem letzten Stand höchstens in den USA, deswegen habe ich das nicht getestet und konnte mit dem Feature auch nichts anfangen. Sechstens, für Abenteurer gibt es jetzt eine Sirene, die wohl auch sehr laut werden kann, einen sehr nervigen Ton hat. Wenn man verloren geht, wahrscheinlich ganz praktisch, da ist es auch praktisch, dass es eben diese Notruffunktion in der Uhr gibt, habe ich beides bis jetzt aber noch nicht gebraucht. Und damit sind wir eigentlich schon bei den Fitness Features. Das ist sicher das Aktivitätsfeature, das die meisten Nutzer der Ultra 2 tatsächlich interessant finden könnten, weil das lohnt sich natürlich auch, wenn man nicht unbedingt Sport treibt. Da kann man eben sehen, wie man sich bewegt den Tag über. Jeder, der ein iPhone hat oder schon mal irgendwo im Apple-Universum mit Fitness in Berührung gekommen ist, erkennt die bunten Ringe. Die sammelt man eben auch mit der Uhr und die werden eben auf der Uhr auch angezeigt. Rot sind dabei die Bewegungskalorien, grün sind die Aktivitätsminuten und blau ist die Zeit, die wir stehen verbringen. Der Fairness halber sollte man hier sagen, dass es Stunden sind, die man steht, aber es reicht in der Stunde, wenn man eine Minute steht, dann kriegt man die Stunde schon gut geschrieben. Ganz grundsätzlich kannst du in diesen Kategorien eigene Ziele hinterlegen oder du übernimmst einfach die, die voreingestellt sind. Du kannst auf die Zwischenstände und die Ergebnisse über die Uhr, aber natürlich auch über die Fitness-App in deinem iPhone zugreifen und so dann den Tag über beobachten, wie viel oder wie wenig du dich eben bewegst. Neben diesen drei Fitness-Kategorien gibt es selbstverständlich auch noch eine ganze Menge an Sportprofilen. Da gibt es eine riesige Auswahl. Ich habe mich natürlich als Triathlet auf Laufen, Schwimmen und Fahrradfahren fokussiert. Ich habe auch das Fitness-Profil fürs Krafttraining verwendet, aber da gibt es eigentlich nicht so viel zu berichten. Das war eigentlich eine Stoppuhr, die nebenher den Puls gemessen und verbrauchte Kalorien errechnet. Aber kommen wir zum Lauf. Mit dem Lauf-Profil war ich in Bezug auf die Basics wirklich sehr zufrieden. Die Anzeige auf der Uhr ist sehr übersichtlich und kann individuell eingestellt werden. Strukturierte Workouts ermöglichen zudem Intervall- und Tempotraining. Darüber hinaus kannst du Workouts auch nach Zeit, Kalorien oder Distanz einrichten. Eine Navigationsfunktion gibt es werkseitig leider nicht, aber am Ende eines jeden Laufs werden eine ganze Vielzahl von Werten ausgeworfen. Unter anderem natürlich die Pace, die Distanz, die Zeit und Wattwerte, die beim Laufen eben durch die Uhr am Handgelenk errechnet werden. Beim Radfahren handelt es sich im Prinzip um dasselbe Tracking wie beim Laufen. Die Trainingsseiten können hier auf der Uhr auch individuell angepasst werden und selbstverständlich gibt es beim Radfahren auch die Möglichkeit, strukturierte Workouts anzulegen. Kleiner Nachteil auf dem Rad, wenn du strukturierte Workouts abfährst, ist es natürlich etwas schwer, die Uhr abzulesen, wenn du die Hand beim Fahren eben am Lenker hast. Das betrifft ganz besonders Rennradfahrer, bei denen das Handgelenk ja meistens auch noch nach außen zeigt. Mittlerweile lassen sich die Trainingsdaten aber auch von der Uhr aufs iPhone übertragen. So kannst du in Echtzeit deine Aktivität verfolgen und wenn du dann eben dein iPhone mit einer Vorrichtung am Lenker befestigst, fungiert dieses wie ein herkömmlicher Radcomputer. Zudem bietet die Ultra 2 auch die Möglichkeit, dass du sie mit einem Wattmesser verbinden kannst. Beim Indoor-Training wäre das ein Rollentrainer, aber Outdoor eben dann mit einem Wattmesser, der an deinem Fahrrad verbaut ist. Dabei bietet Apple sogar den Service, dass die Uhr dann über die aufgezeichneten Wattwerte deine FTP errechnen kann und dir dann auch Wattzonen auswirft. Du kannst in der Uhr auch eigens ermittelte Wattwerte als Wattzonen hinterlegen und dann dein Training nach diesen strukturieren. Beim Schwimmen ist die Uhr als Trainingsbegleiter aus meiner Sicht extrem gut, denn sie macht eigentlich alles von alleine. Du wählst nur das Sportprofil Schwimmen aus, musst dann die Poolgröße eingeben, was ich extrem gut finde, weil manchmal vergisst man das ja auch gerne. Und dann startest du einfach, du schwimmst los, du machst deine Pausen, deine Sets und am Ende, wenn du stoppst, hat die Uhr einfach alles getrackt. Die aufgezeichneten Werte beinhalten dann eben auch Schwimmstil, Swolve, Pace, Distanz und sie zeichnet sogar Technikübungen mit dem Schwimmbrett auf. Alles in allem finde ich sehr beeindruckend. Wie ich eingangs ja schon erwähnt habe, bin ich Triathlet und da war es natürlich extrem wichtig, auch das Triathlon- und Multisportprofil zu testen. Da ist mir tatsächlich als erstes aufgefallen, dass die Ultra 2 sehr viele verschiedene Sportkombinationen unterstützt. Dabei sind Kombinationen wie Duathlon, Triathlon oder sogar Swimruns mit mehreren Wiederholungen überhaupt kein Problem. Was übrigens relativ einfach ist und da nur ganz kurz darauf hingewiesen, wenn dir das Video gefällt, es hilfreich für dich ist, dann gib ihm doch einen Daumen hoch und lass ein Abo da. Das hilft uns und unserem Kanal einfach ungemein und freut uns natürlich auch immer riesig. Jetzt aber zurück zum Multisportprofil. Wie sich das für eine moderne Multisportuhr gehört, kann die Ultra 2 natürlich die Übergänge, also den Wechsel von einer Sportart zu anderen, automatisch erkennen. Das nimmt einem besonders im Wettkampf ganz schön viel Arbeit ab. Allerdings handelt die Uhr da nicht sofort bei einer Veränderung der Bewegung, sondern sie geht erstmal in einen Übergangsmodus. In diesem Übergangsmodus trackt sie im Hintergrund tatsächlich die vorangegangene Sportart, falls man sich doch noch in der befindet und dann, wenn man eben sich der Nächsten ähnlich verhält, auch schon wieder die Nächste, schaltet aber auf dem Display nicht sofort um, sondern wartet erstmal ab, ob sie das richtig trackt. Mehr dazu findest du im entsprechenden Video, das eben unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Was die automatische Erkennung der Übergänge angeht, hat die Ultra 2 das bei einem Wechsel vom Fahrrad aufs Laufen perfekt erkannt. Beim getesteten Swimrun mit fünf Wechseln von Schwimmen zu Laufen, hat sie es allerdings kein einziges Mal gemacht. Für diese Fälle bietet die Ultra 2 aber natürlich auch die Funktion, dass du die Wechsel manuell trackst. Das musst du einfach im Vorfeld eingeben und dann läuft das über Tastendrücken. Ganz normal wie ich früher auch. Und damit kommen wir zu den Gesundheitsfunktionen der Apple Watch Ultra 2. Hier sammelt die Ultra 2 extrem viele Daten, die ich in der Vergangenheit sehr genutzt habe und auch aktuell noch sehr gut nutze. So habe ich zum Beispiel regelmäßig meinen Ruhepuls im Blick und damit auch die Herzratenvariabilität. Die ein sehr guter Indikator für zu viel Stress bzw. zu viel Training ist. Außerdem orientiere ich mich auch an der gemessenen Schlafzeit und werfe gerne auch einen Blick auf die gemessene Körperkerntemperatur. Die wird zwar nur am Handgelenk auf der Haut gemessen, aber kann definitiv ein Indikator für eine Erkältung mit Fieber sein. Oder für Fieber allgemein. Davon abgesehen ist diese Messung natürlich für Frauen sehr viel wertvoller, weil sie damit einfach auch ihren Zyklus tracken können. Ja, die Akkulaufzeit war zugegebenermaßen am Anfang dieses Tests mein größter Kritikpunkt oder mein größtes Sorgenkind. Denn man hört ja immer, dass Apple-Uhren maximal 24 Stunden durchhalten oder man sie manchmal sogar innerhalb dieser 24 Stunden noch aufladen muss. Was die Ultra 2 angeht, sind im normalen Modus tatsächlich auch nur 36 Stunden vorhergesagt. Bei meiner Nutzung mit einem Display, der auf die niedrigste Helligkeit eingestellt war und auch immer ausging, wenn ich das Handgelenk gedreht habe bzw. immer anging, wenn ich es gedreht habe, habe ich es eigentlich immer auf eine Akkulaufzeit von um die 70 Stunden geschafft. Und wenn es mit dem Akku einmal eng geworden wäre, was das Training angeht, kam die Uhr einfach 10 Minuten ans Ladegerät. Das ist die Zeit, in der man sich umzieht und fertig macht. Und dann war sie meistens so schnell aufgeladen, dass es für über eine Stunde Sport mit GPS völlig ausgereicht. Ja, und GPS und Pulsmessung sind natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, den ich hier ansprechen möchte. Das GPS war auf jeden Fall gut genug für mich als Hobbysportler. Es ist nicht immer 100% genau auf dem Weg, aber das darf man, glaube ich, auch von keiner Uhr wirklich erwarten. Beim Laufen auf einer 400 Meter Bahn, wo ich regelmäßig meine Intervalle mache, ist die Uhr aber extrem genau, weil sie über das Kartensystem, das bei Apple hinterlegt ist, die Laufbahn erkennt und dann auf den Meter fast genau die 400 Meter trackt. Was so einen Wert wie die Höhenmeter betrifft, da weicht die Ultra 2 ein bisschen von meiner Fenix 7 ab. Aber wenn ich das mit markanten Punkten vergleiche, von denen die Höhenmeter bekannt sind, liegen beide Uhren daneben. Also da hat man einfach immer einen gewissen Prozentsatz. Bei mir waren das 2-3 Meter, die einfach abweichend sind. Was die Pulsmessung angeht, war diese bei Aktivitäten leider nicht immer ganz zuverlässig. Gerade bei kalten Temperaturen oder eben im Wasser, wo das nicht so sehr verwundern darf, hat der Puls oft nicht gestimmt. Oder ich hatte eben auch Aussetzer in der Pulsmessung. Daher empfehle ich auch hier die Nutzung mit einem externen Pulsmesser, wenn du dein Training nach Pulswerten strukturieren möchtest. Ist das nicht der Fall, ist da ein zusätzliches Gerät auch nicht notwendig. Ja, was mein Fazit angeht, möchte ich das gleich mit ein paar Empfehlungen verbinden. Und gleich vorweg, wie der Titel ja sagt, geht es in dem Video um die Empfehlung für Sportler. Ich habe die Smartwatch-Funktionen nicht extra getestet und ich bin auch nicht der Smartwatch-Nerd, der eben da den Vergleich zu anderen Uhren hat und das zu 100% einschätzen kann. Aber dazu gibt es ja auch schon genug andere Videos. Für mich ist es einfach so, dass ich viele Features, die es bei der Ultra 2 eben im Smartwatch-Bereich gibt, nicht nutze. Aber da ich auch andere Apple-Geräte nutze und auch Apple Home verwende, kann ich tatsächlich sagen, dass die Uhr für alle, die sowieso im Apple-Universum unterwegs sind, auf jeden Fall eine gute Entscheidung ist. Was meine Empfehlung für Sportler angeht, fallen die wie folgt aus. Ganz grundsätzlich, wenn du aktuell eine vergleichbare Multisport-Uhr hast, sehe ich keine Veranlassung, dass du auf die Ultra 2 wechselst. Aber die Ultra 2 ist für alle interessant, die eine Smartwatch suchen, die sie bei ihren Fitnesszielen und in unterschiedlichen Sportarten unterstützen kann. Egal ob Laufen, Radfahren oder Schwimmen. Die Uhr hat meist mehr als nur die Basics mit an Bord und kann dich locker durch mehrere Stunden Sport begleiten. Gepaart mit den Features der Smartwatch ist die Ultra 2 so ein toller Begleiter für Sport und Alltag. Für ambitionierte Sportler oder eben Ultrasportler für Langdistanz-Triathleten wie mich ist die Ultra 2 allerdings nur bedingt zu empfehlen. Man kann natürlich mit der Uhr super laufen, aber die Navigation gibt es zum Beispiel halt nur mit Drittanbieter-Apps. Auf dem Rad sollte man das iPhone vorne am Lenker haben, aber da haben wahrscheinlich viele von uns dann doch lieber ihren kleinen Radcomputer. Und ganz allgemein ist der Akku auf richtig langen Distanzen dann vielleicht doch nicht der zuverlässige Begleiter, den man sich wünscht. Denn wenn so eine Langdistanz mal 16, 17 Stunden geht, dann kann es vielleicht schon eng werden. Zudem hat mir persönlich einfach auch eine Plattform im Hintergrund gefehlt, auf der die Daten schön aufbereitet und zur Analyse bereit dargestellt werden. Das gibt es ja zum Beispiel bei Garmin mit Garmin Connect. Natürlich ist das mit einer Drittanbieter-App möglich, aber die braucht man eben bei vergleichbaren Uhren anderer Hersteller nicht. Wenn dir das aber nicht fehlt oder wenn dich Drittanbieter-Apps nicht stören und du zum Beispiel sowieso nicht über die Marathon-Distanz oder Wettkämpfe mit vergleichbarer Dauer hinausgehst, dann ist die Ultra 2 natürlich eine super Uhr für dich. Denn über diese Distanzen hält der Akku auf jeden Fall und bringt dich dann eben auch wunderbar ins Ziel. So, wenn du noch Fragen hast zur Uhr, dann ab in die Kommentare damit. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm doch einen Daumen hoch und lass ein Abo da. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir bis dahin viel Spaß beim Training und sag ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.